Hallo lieber Wassermann und herzlich willkommen zu deiner Liebeslegung. Diese Legung ist für dich, falls du den Wassermann im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast. Willkommen auch an die Crosswatcher. Wir schauen uns jetzt einmal Mitte des Monats, Februar, für die nächsten vier bis sechs Wochen, die Energien für dich an zum Thema Liebe und Beziehungen. Wenn du in einer Beziehung bist oder es hier um einen Ex-Partner geht, um einen Seelenpartner, einer Person, mit der du im Kontakt bist, aber vielleicht seid ihr nicht zusammen, dann bist du hier genau richtig. Wenn du Single bist und da gar niemand ist, dann schau bitte in die Single-Legungen rein, die ich gerade vor anderthalb bis zwei Wochen veröffentlicht habe, denn dann ist das eher deine Legung. Wobei es durchaus sein kann, dass sich hier eine Single-Legung zeigt, aber das dann in Kombination mit, dass da trotzdem eine Person ist, wo du gerne wissen möchtest, wie die Situation weitergeht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und ja, ich wollte tatsächlich hier aufhören und anfangen auszulegen. Das Thema Arbeit, Stabilität und Sicherheit könnte hier eine Rolle spielen. Es wird entweder verhandelt, es wird gesprochen über das Thema Stabilität und Sicherheit, dann haben wir hier aber auch den Sarg, irgendwas, was endet. Hier ist deine Karte. Wir schauen natürlich gleich in die Tiefe. So, Dame, ausradieren, dein Foto reinpacken, das ist deine Personenkarte. Das sind vier, das sind vier, okay. Hier haben wir die Person, mit der du es zu tun hast. Ausradieren und das Gesicht reinpacken für die Person, weshalb du hier schaust. Es ist ein bisschen kompliziert, würde ich mal sagen. Es könnte hier um einen Ex-Partner gehen. Oder es gibt hier gewisse Verletzungen. Vielleicht muss ja auch etwas gekürzt werden, gekürzt durchtrennt werden, abgebrochen werden. Und das ist Teil eines Konfliktes. Eine Nachricht könnte reinkommen. Wobei dann? Wir gehen da gleich mal durch. Ich lege mal eben weiter aus. Ich habe das Gefühl, ich muss mich ein bisschen weiter eintunen hier. Okay. Ja, ich sage es nochmal. Die Situation ist ab jetzt zu kompliziert. Lass uns mal reingehen in die Tiefe. Wir sehen auf jeden Fall. Gehen wir als Mal aus. Gott, ich kann schon nicht mehr reden hier. Auf das Herz ein. Es gibt Belastungen im Bereich der Liebe. Das Thema Verlust, Verlustängste spielt hier eine große Rolle. Da nagt es an dir. Vielleicht ist hier auch ein Mangel an Vertrauen, ein Mangel an Unterstützung, Hilfe und Support. In dieser Situation. Wir sehen auch hier, das könnte eine karmische Situation sein. Da könnte eine karmische Lernaufgabe eine Rolle spielen. Es gibt ein paar Kartenkombinationen, die mir gut gefallen. Mit all den Energien, die ein bisschen herausfordernd sind zwischen dir und der anderen Person. Und das ist wie folgt. Das Kreuz ist im Hause der Sonne. Immer wenn die Sonne und das Kreuz aufeinander sich beziehen, weil die Sonne die beste Energie des ganzen Decks ist. Und so kraftvoll und so stark und so positiv werden negative Karten im Licht der Sonne kleiner. Was mir sagt, eine Belastung hier wird auf gewisse Art und Weise kleiner. Das sage ich auch, weil ich diese Kombination sehe. Da haben wir nämlich Herausforderungen direkt vor dir. Herausforderungen innerhalb einer Partnerschaft und Beziehung. Eine Partnerschaft und Beziehung könnte blockiert sein. Es könnte eine herausfordernde Veränderung geben. Und ich deute jetzt quasi verschiedene Möglichkeiten. Eine Herausforderung kann blockiert sein. Eine Veränderung kann blockiert sein. Eine Veränderung kann sehr herausfordernd sein. Oder es gibt hier Blockaden und Herausforderungen, die sich verändern. Und die haben was zu tun mit der anderen Person. Im allerbesten Fall wird jetzt etwas leichter, weil die Sonne wieder die Energie des Berges ein bisschen wegnimmt. Wobei der Berg einen Einfluss hat. Der Berg liegt leider obendrauf. Das heißt, wir sehen, es gibt hier etwas, was das Glück, hier gibt es, okay, lass mich einmal einen Schlenker machen. Die Sonne ist im Haus des Neuanfangs. Auf gewisse Art und Weise gibt es hier einen Neuanfang in deinem Leben, der eigentlich sehr positiv, sehr glücklich machend oder sehr erfolgreich ist. Aber Belastungen haben einen Einfluss auf diesen Neuanfang, vielleicht weil es hier einen Zwiespalt gibt. Du bist mit irgendwas, es könnte hier einen Einfluss geben innerhalb der Situation, der dafür sorgt, dass du irgendwie im Zwiespalt bist. Dich fragst, ist es richtig oder falsch. Hier könnte ein Misstrauen oder eine Vorsicht liegen, die auf irgendeine Art und Weise was mit Herausforderungen und Blockaden zu tun hat. Und das wiederum drückt so ein bisschen auf den eigentlich positiven Neuanfang. Gleichzeitig, weil es aber ein so positiver Neuanfang ist, werden dadurch auch Herausforderungen gemildert. Die Herausforderung wieder liegt hier im Hause des Baumes. Das Thema, entweder fühlst du dich in deinem Leben gerade komplett blockiert, weil der Baum für das komplette Leben einmal steht. Es könnte hier auch ein Lebensthema geben innerhalb dieser Situation, was dich echt herausfordert. Oder das Thema Wachstum ist hier blockiert. Es wird aber darüber geredet. Entweder redest du viel über dein Leben, viel über Wachstum und das ist das, was wir hier auch sehen, was wir am Anfang gesagt haben. Das Thema Stabilität, Sicherheit oder über Arbeit wird geredet. Lass mich mal einmal weiter. Es wird auch geredet, genau, es wird auch geredet über eine Chance, eine Möglichkeit, die sich hier auftut oder auch über Leichtigkeit. Aber ich habe das Gefühl, weil wir hier das Haus der Kommunikation haben, du redest über dein Leben. Du redest über langfristige Pläne, über Wachstum. Vielleicht redest du darüber, wie du dich blockiert fühlst oder wie du das Gefühl hast, dass dieses Wachstum innerhalb dieser Situation blockiert ist. Lass uns einmal weiter schauen. Es gibt auch positive Aspekte. Wir haben hier grundsätzlich eine sehr starke Verbindung, eine sehr starke, einflussweiche Verbindung. Das könnte eine alte Verbindung, eine Seelenpartnerschaft sein. Aber wir haben auch mit der Schlange Komplikationen und Umwege dran. Und vor allem haben wir die Partnerschaft hier im Hause der Unklarheiten. Also es sind Dinge unklar innerhalb dieser Verbindung, innerhalb dieser Partnerschaft. Die Unklarheit liegt hier im Hause der Lösung. Zum einen kann es sein, dass Dinge im Unklaren sind und vielleicht lange keine Lösung gefunden wurde. Vielleicht warst du lange hier im Unklaren darüber, wie sich etwas löst. Das Schöne ist, die Lösung ist jetzt an dir dran. Der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zum Erfolg, der ist direkt an dir dran. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass sich gewisse Herausforderungen, die auch sich insbesondere beziehen auf die Beziehung, kleiner werden. Es kann einen krassen Einschnitt gegeben haben mit der anderen Person. Hier könnte ein Ende, ein Loslassen, eine Stagnation sein. Das ist alles, was wir hier haben. An deiner Seite dran. Auch damit haben wir sehr herausfordernde Karten an deiner Seite. Du fühlst dich vielleicht selber blockiert. Beides sind Karten, die stagnieren. Das heißt, auch da, es kann sein, dass du wirklich das Gefühl hast, ey, ich fühle mich ein bisschen blockiert. Ich habe das Gefühl, irgendwas stagniert hier. Die Lösung hier, die hier liegt, zum Glück kann recht plötzlich kommen. Plötzliche Lösungen versprechen hier Erfolg oder Glück. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass vielleicht etwas losgelassen werden muss oder vielleicht wurde ganz kürzlich etwas getrennt, abgebrochen, losgelassen. Und das kann sich wieder hier auf diese Person beziehen. Deswegen sagte ich vorhin, vielleicht geht es hier auch um den Ex. Diese Person kann ein Ex-Partner sein, kann jemand sein, der sehr verletzend ist oder war. Wir haben die Verletzungen hier dran. Oder jemand, der sehr verletzt ist. Diese Person denkt aber auch über Kommunikation nach. Das heißt, hier ist gefühlt eine Offenheit, eine Bereitschaft zu kommunizieren über das Leben, über neue Chancen und Möglichkeiten. Diese Person könnte auch sehr aktiv sein. Und was spannend ist, dass das Haus der Blumen, die Blumen sind in deiner Energie, zwischen euch ist irgendeine Art Austausch. Entweder im wahrsten Sinne des Wortes, dass es irgendwie einen ganz speziellen Austausch zwischen dir und deiner Person gibt. Oder es kann sein, dass du der Person etwas bietest. Du hast hier die Blumen. Die Blumen sagen Dankbarkeit, Wertschätzung aus etc. Aber vor allem auch sagen die Blumen aus, dass etwas gereicht, etwas gegeben wird. Und dann haben wir hier im Hause der Blumen den Reiter, der in die Person reingeht. Vielleicht machst du der anderen Person ein Angebot, was dann Teil ist, dass sich irgendwas hier verändert. Bezogen auf die Herausforderungen. Vielleicht ist das eine gewisse Strategie, die du hast, dass du sagst, okay, alles klar. Wie wäre es mit diesem Angebot hier? Und dann haben wir hier wieder was Spannendes, weil die Karten, die euch weiterhin verbinden, das sind die Karten, die zwischen euch stehen. Ein verletzendes Ende. Verletzungen, Stillstand, ein plötzliches Ende. Irgendwas endet hier abrupt, endet plötzlich, ist vielleicht sehr schmerzhaft. Ihr beide schaut gerade in unterschiedliche Richtungen. Du fühlst dich gerade mega blockiert. Aber hier kommt auch die Lösung rein. Und was ist hier, wenn wir uns das mal so anschauen? Kommunikation als Schlüssel. Es gibt tatsächlich eine Orakelkarte. Ist sie hier? Warte mal, hatte ich die nicht gerade auch? Ja, guck mal. Hatte ich gerade schon. Gucken wir mal, ob die später noch kommt. Aber Kommunikation als Schlüssel. Kommunikation, Schlüssel. Also, was zwischen euch noch stattfinden wird, ist eine Kommunikation. Und das könnte der Schlüssel sein zum Glück, zum Erfolg, zum glücklichen Neuanfang. Weil was wir auch wiederum sehen, ist hier im Hause der Beziehung den Neuanfang. Ist das nicht spannend? Und das könnte über diese Kommunikation kommen. Kommunikation hier auch über Belastungen. Es kann sein, dass eine Kommunikation belastend ist. Dass hier eine Belastung ist, die was zu tun hat mit Verzögerungen, mit Umwegen, mit Komplikationen. Eine Entscheidung könnte hier über Umwege kommen. Oder mit einer anderen Frau, Mutter, Freundin, Schwester, Rivalin. Das wäre ebenfalls möglich, dass es hier einen Einfluss gibt, der zu großen Belastungen führt, über die geredet wird, wo dann eine Entscheidung getroffen wird. Und diese Entscheidung hat wieder damit etwas zu tun, in welche Richtung man sich weiter bewegt. Wie geht es jetzt langfristig weiter mit einer Neuausrichtung? Wie entwickelt sich das Ganze jetzt weiter? Weil was das angeht, haben wir hier die Stagnation. Vielleicht hat man auch erstmal entschieden, wir beenden das Ganze. So ein abruptes, schmerzhaftes Ende. Bezüglich dieser Veränderung, wir sehen hier Nervosität und Stress. Lass mich einfach kurz weiterschauen. Nervosität und Stress hier, auch bezogen auf die nächsten Schritte. Wir haben aber auch das Thema, klärt sich. Etwas klärt sich. Nervosität und Stress klärt sich. Es kann sein, dass hier emotionale Verletzungen sind hier, auch an dieser Person. Es kann sein, dass es andersrum ist, dass du sagst, hey, nee, 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 das bin nicht ich, die dieses Angebot macht. Das könnte auch die andere Person sein. Auch hier das Thema Hilfe und Unterstützung könnte hier eine große Rolle spielen. Hier ist irgendwas im Außen, Unterstützung von Außen im Außen. Und es klärt sich etwas, bezogen auf das Umfeld, das Außen, auch eben eine Hilfe, eine Unterstützung, ein Freund. Lass uns mal weiterschauen. Es kann sein, dass sich diese Person auch verändert. Dass es nicht nur eine Veränderung mit der Person gibt, sondern dass die Person sich irgendwie verändert, verändert hat. Vielleicht ist das auch etwas, was Teil einer Herausforderung ist. Ich schaue gerade einmal weiter, den Ring, wir hatten da die Herausforderung. Ich gucke gerade mal, wo ich noch nicht gedeutet habe hier. Ja, den Ring, genau. Das war das, was ich noch nicht gemacht habe. Der Ring ist hier auf die Beständigkeit. Das heißt, es könnte eine Lebenspartnerschaft sein oder eine langfristige Partnerschaft. Eine Partnerschaft, die auf irgendeine Art und Weise verwurzelt ist. Oder es geht jetzt grundsätzlich um die Beständigkeit der Situation. Wir sehen aber auch hier, das Wachstum ist im Stillstand innerhalb dieser Partnerschaft. Wobei dann wiederum hier der Fluss reinkommt. Also zum einen sagt man, dass es eine sehr gefühlvolle Partnerschaft ist. Da ist vielleicht auch Traurigkeit innerhalb dieser Partnerschaft. Was zu tun hat mit dem Wachstum, worüber geredet wird. Mit langfristigen Sachen, langfristigen Zielen, die vielleicht hier erst mal blockiert scheinen. Oder sehr herausfordernd zu erreichen scheinen. Aber gleichzeitig können die Fische auch sagen, etwas kommt hier in den Fluss. Etwas kommt wieder in Bewegung. Etwas kommt in den Flow. Und dann sehen wir die Energien um die Liebe herum. Überraschender Flow. Eine Überraschung, ein Geldgeschenk. Ein Geschenk, vielleicht auch eine Entschuldigung, die hier liegt. Aufgrund dieser belastenden Situation könnte hier eine Entschuldigung liegen, die wiederum etwas in den Einklang, in die Harmonie, ins Gleichgewicht bringt. Ein Friedensangebot könnte hier liegen. Was auch deine Gefühle wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringt. Gerade insbesondere, wenn wir sehen, dass da noch was an dir lastet. Moment mal hier. Lass uns mal schauen, welche Lernaufgabe ist denn hier drin? So, worum geht es hier? Ich habe das Gefühl, gespiegelt haben wir jetzt. Das Herz spiegelt sich auf die Unklarheiten. Also auch da Unklarheiten in der Liebe, in der Herzensangelegenheit, in der Beziehung. Wobei wir dann diese Art, diesen Neuanfang haben. Die Lektionen vom Mars. Das Ding ist Mars. Wenn ich jetzt noch nicht drauf schaue auf die Karte. Mars ist ein toller Motivator. Das ist so okay, alles klar. Antrieb, ich gehe in die Aktion, ich mache, ich tue. Die männliche Energie ist die Kriegerenergie. Das kann eine Herausforderung sein, wenn der Krieger plötzlich in die Defensive geht und sagt, oh, ich muss kämpfen, verteidigen. Dann kann es natürlich manchmal sein, dass du das Gefühl hast, du bist in so einem Schlachtfeld drin. Das könnte etwas sein mit Mars. Mars kann auch Stress bedeuten. Die Situation könnte sehr stressig sein. Was steht denn hier drauf? Für manche von euch könnte das eine sehr große sexuelle Anziehung sein. Beziehungsweise hier steht purely. Vielleicht gibt es hier wirklich nur eine physische Anziehung in einer Situation. Aber Feuer und Leidenschaft, die brennen halt auch sehr schnell aus. Und wenn da keine stabilisierenden Elemente sind, dann sind das die Lektionen des Mars. Dass man nicht nur Feuer und Leidenschaft braucht, sondern eben auch stabilisierende Elemente. Das könnte hier ebenfalls auf irgendeine Art und Weise noch signifikant sein. Abgesehen von den anderen Aspekten, die ich gerade schon genannt habe, bezogen auf Mars. Ich möchte mir die Situation gerne im Detail anschauen. Mit dem keltischen Kreuz gehen wir jetzt rein mit dem Seelenreise-Tarot. Nimm das Ganze nochmal unter die Lupe. Wir gehen rein und schauen uns an, was deine Person über dich denkt, für dich fühlt, was die wahren Absichten sind, was der Tipp für dich ist. Wir ziehen weitere Orate-Karten. Die Monology-Karten hast du hier gerade schon gesehen. Die nutzen wir auch. Ja, um einfach so viele Informationen wie möglich hier herauszufinden für dich, für die Situation, in der du und die andere Person, in der ihr seid. Und natürlich auch, wie sich die Situation weiterentwickelt. In diesem Sinne, bleib gerne nochmal ein paar Minütchen dran, denn wir schnuppern jetzt schon mal in die Vorschau der Erweiterung. Und wenn du dann weiterschauen möchtest und das volle Video sehen möchtest, dann kannst du unter diesem Video in die Infobox gehen. Die kann sich öffnen durch das Wort mehr oder durch den Pfeil, der nach unten geht. Und dort findest du den ersten Link zu Vimeo, der zweite zu Patreon. In diesem Sinne freue ich mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich. Hallo, lieber Wassermann und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir uns jetzt anschauen, wie die Energien zwischen dir und der Person, mit der du es zu tun hast, sich weiterentwickeln. Und wir starten mit den Karten. Also, lass uns mal schauen, welche Botschaften wir hier für dich bekommen. Wir starten mit dem Seelenreise-Taro. Ah, ich habe das Gefühl, gerade mit den Sternzeichen, die jetzt, womit hat es denn angefangen? Ich hatte das Gefühl, Fische war auch schon so intensiv. Wassermann, auch sehr intensive Energien. Ja, schauen wir mal, schauen wir, was sich hier jetzt zeigt. Die Energien für Wassermann und die Situation, in der Wassermann hier ist. Ja, also wir haben den Ritter der Kelche, wir haben den Hierophanten, Aster Münzen, drei der Schwerter in der Vergangenheit, die Zehn der Kelche, dann haben wir die Sechster Kelche, sehr viel Gefühl in deiner Energie, sieben der Kelche, dann haben wir hier die Zwei der Stäbe, wir haben die Hoffnung, Bube der Kelche und wir haben hier den König der Schwerter, der bezieht sich auf den Gehengten und am unteren Kartenrand haben wir den Stern mit Hoffnung und Heilung. Damit starten wir, wir gehen gleich über in die anderen Orakelkarten und auch in die Karten hier. Also, die Sache ist die, im Moment, du bist verwirrt, fangen wir doch mal damit an. Wenn du über die Situation nachdenkst, da ist emotionaler Schmerz, Herzschmerz, deine Gedanken zu der Situation sind sehr herausfordernd, vielleicht sind verletzende Worte gefallen, ich sagte das ja vorhin, bin ich der Meinung auch schon, verletzende Worte, verletzende Gedanken, die du hast zu der Situation, eine Situation, die erstmal echt so ein bisschen herausfordernd ist und die dich im Prinzip hier dastehen lässt mit der Frage, ist das der Weg? Bin ich glücklich, oder werde ich glücklich werden, wenn ich diesen Weg weitergehe? Werde ich glücklich, wird mich das erfüllen? Was macht mich glücklich, was erfüllt mich? Gleichzeitig könntest du im Unklaren sein darüber, was du fühlst oder was eine andere Person fühlt. Also, da gibt es Unklarheiten, was die Emotionen und Gefühle angeht. Und das ist erstmal diese Energie, in der du grundsätzlich hier bist. In der Vergangenheit scheint eine Situation erstmal, hey, das ist so, ha, der Himmel geht auf, Zehn der Kelche, mega happy, mega glücklich, mega erfüllt. Also, es gab hier in der Vergangenheit eine Situation, die dich erstmal sehr glücklich gemacht hat. Vielleicht hast du gedacht, das ist die Liebe meines Lebens, wir können eine tolle Familie gründen, vielleicht habt ihr eine Familie gegründet, auch das könnte sein. Familie gegründet. Familie gegründet. Familie gegründet. Familie gegründet. Familie gegründet.